Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Ich glaube zu sagen, dass dieser HC Strache und seine FPÖ mit das Übelste sind, was zurzeit in Europa rumläuft. Und ich möchte meinem schlimmsten Feind nicht gönnen, sich mit diesen Plakaten der FPÖ seinen Arsch abzuwischen. Das könnt ihr mir glauben. Und zum dritten Nationalratspräsidenten, Martin Graf. Man kann ihn nicht absetzen, aber ich kann von hier, von dieser Bühne, immer noch sagen, dass er für mich nichts anderes ist, als ein Stück braune Scheiße ist. Und ihm widmen wir dieses Stück, es heißt Madeleine. Oh, Madeleine, ich bin keiner, der sein Herz so leicht verliert. Doch ich glaube, wir beide passen gut, das hab ich gleich beim Tanzen gespürt. Und ich habe auch kein Vorurteil, es ist toll, dass wir uns treffen. Ich bin zum zweiten Mal beim Nova Rock und ich möchte mit dir schlafen. Ich will dich, ich will dich, aber nicht bevor ich weiß, gibt es irgendwelche Nazis in deinem Bekanntenkreis. Du weißt ja, es gibt Menschen, die da ziemlich reagieren. Ich habe nicht viele Freunde und die will ich nicht riskieren. Da gibt es leicht blödes Geräte und sowas muss ja nicht unbedingt sein. Und es ist ja nur ne Frage, du sagst einfach ja oder nein. Hey! Tu mir leid, dieses Gequatsche, hätte fast die Stimmung versaut. Wo sind bloß die Kandome, du hast so super weiche Haut. Und kannst du es mir ja sagen, nur damit ich weiß, gibt es irgendwelche Nazis in deinem Bekanntenkreis. Ich will dich, ich will dich, aber nicht bevor ich weiß, gibt es irgendwelche Nazis in deinem Bekanntenkreis. La 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017